Mein Kopf ist aus Glas. Mein Kopf kann leicht kaputt gehen. Wenn ich meinen Kopf stoße, zerbricht er. Er ist ganz glatt. Man kann ihn anmalen. Nur ich habe einen Kopf aus Glas. Man kann in meinen Kopf Wasser reintun und daraus trinken. Man kann mit meinem Kopf nicht Fußball spielen. Das ist zu gefährlich. Man kann doch meinen Kopf durchgucken. Mein Kopf kann nicht klug sein, weil nichts drin ist. Ich werde ein Gehirn reinmachen. Dann kann ich endlich denken. Ich bin klug.